Yo Leute, mal ein anderes Shit auf diesem Kanal, ich habe den Kackchen zwei Teile unterteilt, das heißt Leute, falls ihr es frei habt, schreibt mir in die Kommentare, lasst einen fetten Like an eurer Resonanz, sehe ich dann, ob ihr die nächste Folge sehen wollt, gönnt euch. Bitte seid leise, ich muss kurz Klaschen für die Synchro der Facecam. Ich würde dir die Birne an deinen Kopf schmeißen oder sowas. Jubiläen zu Schöpfe, hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Scribbly-O mit LavaTV, NoStyce, Wacko, Droggy und Jaspis. Hi. Hi. Hallo, start the game. Wer ist dran? Hallo? Oh, ich bin dran. Oh, okay, du bist dran. Jaspis ist schoing a web. Oh, Digga, warum ist es so laut, man? Jaspis ist drawing now. Ich bin bei mir mit dem Cine-Tablet. Lord, ich höre sogar, wie du malst, der Heck. Oh Gott, oh. Digga, was ist das denn? So, Digga, was ist das? Was versuchst du hier? Überall, wo ich meine Maus hinbeweg, ne? Es wurde nicht okay. Hör auf, Mann. Buch. Also, schau, das hier geht. Scheiße. Oh, ich hab's. Was ist das denn, bitte? Ja, ich hab's. Nein, was? Hä? Oh. Ja, 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 ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ja, ja. Was? Oh, shit, Digga. 120. Ich weiß nicht, warum ich nicht richtig malen kann damit. Wenn ich das bewegen, mal permanent. Seid einfach alle scheiße. Oh, shit, oh, shit. Ja, ich schreibe schon aus. Was ist das? Lineal. Ne. Jo. Oh. Hä, was? Oh, ich bin so ein Biest. Was ist? Du bist so dumm. Oh. Ja, ich... Ja, ich... Das ist klar, oder? Oh, kack, wie lange ist denn das? Ha, was ist das? Hä? Oh. Oh. Okay. Hey, hä? Das war's dann vielleicht nicht, ne? Hä? Was ist das? Armbandikos. Oh, Digga. Schau mal, ich sehe immer die Abstände da oben und schreib Zunge rein. Was wird das dann? Oh, Dickerin. Was? Das ist ein Pfeil, der sich dreht. Ein Pfeil, der sich dreht, hä? Ah, du, wei. Oh, ich hab's. Nein. Ne. Wie viele Pfeile schreibt Wiederholung? Die Wiederholung ist sehr nah dran. Oh. Wie? Hä? Ich verstehe es nicht. Wieder? Nein. Wiederholen? Aha, Digga. Ja, hör mir auf. Ah, guck mal, das Wort ist kurz. Das wird einfach. Oh. Hör aus. Ich schreib aus. Ich schreib Penis. Komm, Leute, das ist aber nicht so schwer. Wie, was ist das Ding? Oh, mein Gott, ja. Hä? Ah. Was ist das? Ich verstehe es nicht. Taco, was ist das? Was ist das? Was? Jungs, ich wollte einen Tipp. Was heißt das? Gib dir irgendwas. Guck uns an, das Essen rum. Was ist das? Was ist das für eine Scheiße, Mann? Kissen. Digga, das war ein braunes Kissen. Was ist das? Okay. Junge. Was ist das für eine Scheiße zu zeichnen, Digga? Da. Da. Gebt schon irgendwelche Begriffe ein, Digga. Fahre nochmal an, du hast nur drei, fünf Sachen. Hä? Ja, ich hab's. Oh! Digga. Richtig schön gezeichnet. Ja, Mann. Wenn du dritter platzen kannst, ich kann es angehen. Ich bin der erste, ich bin so ein Biest. Digga, wie soll man so eine Scheiße malen? Hä? Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir warten. Jetzt müssen wir warten. Oh, dann pass auf, Digga. Scheiße, was ist das denn? Lama's an die Macht. Hä? Warte, ich kann es eigentlich nicht. Ich kann hier. Scheiße, Digga. Hammer. Nein, was für ein Hammer. Schau doch hier. 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 Du warst da im Typen, der Hockey sitzt. Nein, was für ein Typen, der Hockey sitzt. Schau doch hin. Digga, das brauchst du in der Früh. Jedermann braucht es in der Früh, wenn er das hier hat. Guck. Nein, Digga, falsch. Längeres Wort. Die Klingel, wie heißt es, Digga? Wie heißt es, komm. Nein, nicht an die Klingel. Komm. Es reimt sich auf Esser. Das ist halt alles scheiße. Nein. Die Zeit hat nicht mehr gereicht, das zu schreiben. Ja, aber in Deutschland ist frei. Boah. Jetzt ist es richtig krass, okay? Ich gebe es nicht jedes Mal ein bisschen. Junge, mach es dir da. Ja, das ist mein Grafik-Tablet. Digga. Oh. Was? Hä, was ist das? Guck mal. Als ob ihr so dumm seid. Ja, du, du kannst dir mal Rasierklinge schreiben. Sie haben Wässer. Achso. Oh. Oh, äh. Ja. Ah. Hä? Boho. Boho. Ist so. Das sah nur wie ein Euro aus. Ist so der ganze... Das erregt kein Mensch. Was weißt du? Wahrscheinlich schreibt er es einfach falsch. Das hier, also das hier ist ein Arm. Ein Aul. Sehr schöner Arm. Ja, von wo ist der? Hä? Wie, von wo ist der? Ja, aus... Ja. Alter. Digga. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ja, guck mal Lichtschwert, Digga. Nein, ich sage gar nichts mehr. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Fünf, vier. Was ist denn da? Ah. Digga, wie bin ich denn für vierter Platz, Mann? Guck mal, Digga. Was zeichnet er wieder? Ah, ich habe es. Was? Nein, nein. Wie schreibt man es denn? Hä? Hä? Bumm. Ja, ich habe es. Ah, was? Ja, 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 ja. Arm aus, Andi. Das kommt jetzt. Wootkick. Äh. Oh. Hä? 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 Ich weiß. Ja, es ist... Ja, Leute. Ich weiß. Ähm... Da muss ich aber daraus erkennen. Ja, dass sie... Hä? 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 Ich schreib da Leuchtturm und da sind nur vier Dinger frei. Oh... Oh... Digga, wer will mal zu ein Bett? Hahaha. Oh, Digga, ich bin... So, bitte, bitte halten sie. Eine macht schon. Digger, wie malt man denn so eine Scheiße? So, was ist denn? Juppe Kick! Was soll die Scheiße? Alle wieder rein, Alter. Ja, wow, Connection. Das steht bei mir einfach drauf. Wow, jetzt haben alle gewonnen. Hehehe. Hehehe. Jo, Leute, das soll es dann auch von dem Video gewesen sein. Lasst mal einen fetten Like da für eine zweite Episode davon. Ich habe hier richtig, richtig viel Arbeit reingesteckt. Ich hoffe, ihr schätzt es wert. Schaut bei den anderen Jungs vorbei. Alle Link in der Videobeschreibung. Gönnt denen allen ein Abo. Dann würde ich mal sagen, haut rein. Macht's gut. Und ciao. Ciao. Tja.